Ich habe keine Kakerlacke oder irgendwas da gesehen oder Schmetterling. Ich habe aber nicht gesehen, dass er eigentlich ein Trucker oder irgendwas war. Ich habe auch getroffen. Scheiße, das ist eine Kakerlacke. Scheiße, das ist eine Kakerlacke. Ernsthaft eine Kakerlacke? Wer kommt auf sowas? Okay, also, Trucker das Enter zu fallen. Sein Partner fährt davon. Joyce beendet es. Seine Kakerlacke darüber krabbelt. Okay. Die Kakerlacke. Die Kakerlacke. Die Kakerlacke. Die Kakerlacke. Die Kakerlacke. Ich habe es gemacht. Trever und Justin müssen in Liebe sein. Sie haben eine Kakerlacke auf der Kakerlacke? Ich versuche, Max und die Kraft für die Kakerlacke. Sie werden wollen. Das ist nicht ein Kakerlacke, Chloe. Ich muss ehrlich machen, wie ich es benutze. Sie gibt es. Das ist ein Kakerlacke. Das beste Kakerlacke. Sie können jemanden mit keinen Schweißen verbinden. Sie können mit einem Strings-Anstattatieren. Und dann auf gewartet. Es ist wie es nie passiert. Oh, Mann. Butterfly-Effekt. Butterfly-Effekt schlägt uns das echt aufs Hirn. Ja, ja. Das ist Kate Marsh, von Blackwell. Big whoop. Du nimmst mich nicht einmal in fünf Jahren, und jetzt bist du ein Biach, das du jeden Tag in der Schule gesehen hast? Ich sehe, wie du rollst. Also gehst du. Chat auf Kate Marsh, von Blackwell. Ich habe auch andere Leute, die mit zu hangen. Drangehen. Hey, Kate. Was ist denn? Bitte, nicht deine beste Freundin in den Weg. Du bist okay? Ich versuche, Kate, ich werde nicht vergessen. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche, deine Arbeit und nicht zu stress. Ich glaube, ich glaube, wir sollten in das jetzt gehen. Ich spreche dir später, okay? Danke, Max. Wenn du lieber mit Kate möchtest? Bitte, bitte. Du bist wunderschön. Ich bin mit dir, okay? Für jetzt. Los geht's. Hmm. Sucks, dass Chloé und Joyce haben einen Argument. Mhm. Pricke. Mhm. Mhm. Pricke. Mhm. Mhm. Pricke. Ach. 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 Ist das eine Reise? Wie viele Mal werden Sie mich verletzt? Das depends auf Sie und wie gut Sie in dieser Phase des Testen machen. Willkommen zu American Rust, mein Haus aus dem Hell. Raw und rough. Es suitzt Sie. Max, Sie wissen, wie großartig das ist? Ich habe meine beste Freundin zurück, und sie ist auch super-sized. Wir wissen nicht für wie lange. Exactly why it's time to have fun. Jetzt habe ich das Gefühl, dass wir am Ende selbst noch draufgehen werden, weil wir irgendwelche anderen noch retten. David, ich bin ein douches, aber du hast die Stil hat. Ist alle in Arcadia Bay now? Nur diejenigen, die nicht sein müssen, wie Step Dildo. Bis jetzt. Ich bin noch nicht in der Revolution, Che. Du bist die Revolution, Max. Wir sollten also herausfinden, wie die Bestie benutzen und abhören, mit einem Test. Hm. Yuck. You are so good. You haven't changed a bit. Okay, let's do this. Can you find five bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? Nice combo. You can handle it. Now, go find us five bottles. Pretty please. Hm. Hm. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir am Ende echt sogar noch draufgehen werden und das so diese ganze Butterfly-Effekt-Story ist? Naja, war doch eben irgendwas, oder? Da, 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 da. Bis gleich, Mel. Die Puppe sind so frisch. Oh, gross. So stürzend, dass sie alte Syringen auf dem Boden sehen. Geschossöse, wir gehen einfach mal eine Runde rum hier. Hm? Flasche? Okay. Autofrack. All this rustic metal makes me feel serene. Am I morbid or just goth? Nope, I don't want to go there. Ja, komm schon. Warte mal. Die Gleise. Warte, ist das wo Chloe irgendwie war? Und der Zug dann ankam? Graffiti ansehen. Thanks for the tip. Ich kann nicht leben. Ich bin sicher, dass es ein popularer Party pit ist. Ah, nehmen wir. Oh, ja, wir können diesen für ein Target benutzen. Gefunden. Hallo, Bottle Nummer 1. Mehr und mehr zu gehen. Oh. Holy crap. Sieht vielleicht noch was? Nein, gibt's nicht. So viel denn dazu. Scribble. Titano-Scribble. Was ist das? Kann das mal aufhören? So komisch markiert zu sein. Äh, da. Das sieht aus wie ein Graffiti-Museum für Chloe und Rachel. Ich hoffe, ich kann hier mehr über Rachel herausfinden. Hm, umband. That kind of hurts. Hm. Oh, come on, yep. I can't see Chloe playing with makeup. Mixtape. Rachel songs. I wonder if Chloe would ever make me a mixtape. They really were besties. That could have been me instead of Rachel. Hm. Pleasure. Boom. Only three bottles left. I want to die. Jeez. Who wrote this? Hm. Hm. Vermutlich Chloe, je nachdem Rachel verschwunden ist. So Rachel ging zu einer Vortex-Club-Party. Dieser Flyer ist verabschiedet, gerade bevor sie verabschiedete. DJ Irish Bacon. What the fuck. Welcher DJ würde sich denn irischer Bacon nennen? Oh, Warren. Aber jetzt hört. Es wird nicht so schnell. Frag jederzeit, wenn ihr mehr einfällt. Ich poliere. In der Tat ist mein DeLorean. Und das sind so deine Affen draus. Naja. Das Newberg ist 100 Kilometer entfernt. Wir sollten um 5 losfahren. Aber sowas von in deiner neuen Karre. Wir müssen Pop-Cop fürs Autokino mitbringen. Vielleicht sollten wir vorher wo essen gehen. Oder was anderes. Egal. Lass den Affen los. Zu spät. Ansehen. Zu spät. Ja, wir sind jetzt auch hier. Ah, ich schätze immer noch eine Frage. Gibt es hier oben was? An der Decke? Irgendwo? Was versteckt? Nein? Okay, gut. Planke. Autofrack. Planke. Hm. Ich könnte dieses Board als Bruch nutzen. Es sieht nicht zu schwer. Äh, wie komme ich da hin? Ah, so komme ich da hin. Kurz mal hier oben umgucken. Ja, da ist die Planke schon. Da haben wir Football. The Bigfoots were here. Bewegen. Way heavier, als ich dachte. Schwer heißt stabil. Ähm. Nächste. 3 down, 2 more go. Talk about finding a bottle in a haste. Hinsetzen. Warum nicht? Während dieser Junkyard ist ein Dive, sehe ich, warum Chloe hier hängt. Sie ist ein Steampunk. Es fühlt sich eigentlich, wie Chloe und unsere Kinder wieder haben. Wir sind hier draußen und kämpfen unser Zukunft. Während all das Chaos und Bullshit, fühle ich mich so wütend, wenn ich mit ihr wiederhänge. Ich bin so glücklich. Like we both gone back in time. Hm. Was ist sonst noch was? Oh, sieht nicht so aus. Und da ist schon wieder ein Zug. Ist auch irgendwo hier hinten aufgehört. Noch ein Autofuck. Every car has its only tail in history. Ah. Ah, alte Puppe, ja. Creepy. Oh, poor thing. They left you here all alone. Ah, die arme, arme, kleine Puppe. So, da ist das Ding. Gehen wir hier weiter. Wie nennen wir, wir sind systematisch an einer Karenze lang. Beziehungsweise an einer Wand lang. Waschmaschine. Ich wundere mich, wie viele Generationen von Fashion durch diese Waschmaschine durchgegangen sind. Da haben wir die nächste Flasche schon. Bam. Eine noch. Eine noch. Kate? Max, danke für deinen Ratschlag zur Polizei zu gehen und ihnen alles über Nathan zu sagen. Deine Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Du machst mir Hoffnung. Seg'S, ma